Hier haben Sie Kleenex, Handtücher, einen Krug mit Wasser und ein Waschbecken. Machen Sie es sich bequem. Hier haben wir noch Anschauungsmaterial, falls Sie es benötigen. Der kleine Becher. Und wenn Sie fertig sind, dann kommen Sie bitte zu mir. Zwischen 1988 und 1990 haben Sie unter dem Pseudonym Starbuck in der Klinik La France Sperma gespendet. Ihr Sperma hat eine sehr gute Qualität. Deshalb sind Sie der Erzeuger von 533 Kindern. Was soll ich tun? Als Anwalt rate ich dir nicht mehr in Fruchtbarkeitskliniken zu wixen.